Herzlich Willkommen zur Rennung von Z7D2B Mir lag gerade das Haus liegt so an, wenn man dachte mal so, fahr die gleich mal zu und dann, wenn wir da mal reizgucken Ok, wir sind was für mich haben, ne? Sammeln, ne? Sammelfen sind wir auch Das sieht mal nicht schlecht aus Wir hatten da schon mal gewesen, aber nur außen Da ist die Werkbank, die ich abgebaut habe und das wollen wir hier mal reinschauen Da ist hier ein bisschen gucken, aber wir gehen das mal rein, bevor wir anfangen zu zerlegen Also, ich möchte ja nicht mit vollem Gepäck rein, ne? Das heißt, hier haben wir hier mal gucken Hier ist offen Einladung Hier geht ein Auto Grobstes Ding Ein Schiff Eine Federe oder sowas Wir müssen mal Kann ich gerade hier raus? Hat hier was gewesen? Gut, dann gehen wir mal da oben, ne? Okay Geladen, ja Hier ist keiner Das versuchen wir nachher Das machen wir jetzt nicht Mit vollem Gepäck will ich nämlich kämpfen Beziehungsweise Nicht unbedingt Nicht unbedingt Okay, dann gehen wir hier rein Da ist eh eingeladen Hier für Die Bronze Dafür Angegelt aufgesehen Das machen wir alles Dann nehmen wir alle auch nicht mit, ne? Kann man auch nicht stehen lassen Wie gesagt Erstmal säubern, ne? Oh 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 Hat er euch gestört? Tut mir leid Wie gesagt, durchzoomen, später. Erstmal säubert, denn. Oh, hier sind alle da oben. Nehmt alles auch immer. Einmal Ton wegnehmen. Und die gute Frau dann mal begrüßen. Sauber. Da ist die Tür. Wir müssen durch. Das ist blöd, ne? Das ist blöd. Ja das klingt nicht gut bei dir, geh mal zum Arzt, das war hier was für die Axt, aber die Axt ist zu kräftig, das heißt hier könnte man ganz leicht verschönern, wo der Bix hier kein allerlei Kunststück ist, da sind wir draußen, gehts hier noch höher, wahrscheinlich Das ist die Mente, haben wir eine Schaufe mit? Jups, haben wir, jetzt wenden wir gleich, das ist nämlich wichtig 39, Pflastersteine auch gleich, die können da hängen bleiben, so Hier ist noch mehr Pflastersteine und Dings hier, ja, nehmen wir gleich mit hier, so Fünfer gewesen Na ja, das wird auch nicht gerade Was ist dahinter? Ja, werden wir zerlegen Da ist ein Schrank und Blech Oh, nicht mal ein Schrank mit, mal sehen, boah, jetzt holz Geht ja relativ schnell Eine durchliegende Dose Tut mir verletzen Weil wir noch 10 hier Ja, 15 Schuss an 3er M4 und was noch hier? So ein Teil zum Bauen Raketen, Raketen, mehr verteilen, was für alles haben Was kommt denn hier noch auf ein Zoom an Zombies? Ja, 19 Uhr, ne? Das heißt, geht hier hin Oh Ja, und da Ist ja ein Hinweis, ne? Koffer Koffer Wasser Fakten Fakten Koffer 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 Ohne Klimaanlage keine kühle aber mal gucken wir noch alles finden hier kann nicht alles gewesen sein kraft zombie na hat es nicht überlebt junge meldung geben ich bin da so, wo haben wir jetzt hier was reparieren wieder rein mal gucken ja die miete ist gut so getrunken und zum schau wo das noch kommt muss man alles nicht anfertigen gut 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 wo hast du das schön geschlafen bitte aufhören jetzt wieder gefährlich ob so wenig leben da gucken wir mal mit speisen können das haben wir nicht gefunden da hat man öfters er und ifa 6 noch bei denen schauen aber eine volle war schon gut so gut hier war nichts umbeißen sex heilung arbeit der versiedelte ganz kiste naja gut ziel hilft auch mal zu sparen papier kram eine stahl ist besser leute ich muss bald zurück die nacht kommt bald hier 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 Papier 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 Das Haus Sombies Dann nehmen wir einen sauberen Schuss. Die sind lästig, die sind sehr schnell normalerweise. Aber diese Zombies bringen nur die XP, oder? Die kriegen würden wir. Wasser. Gut. Haben wir früher mal gesucht, oder? Beziehungsweise. Erstmal gemein. Das ist aber zu holen. Da war's. Jungs ist hier an den 3-4-D-Hill. Komm mal vor Das ist ein Höhe ich denke aber Eier das ist leider noch hoch gucken mitnehmen und gehen dann ne also drei Kisten so naja gut ach nee ich mach den wieder weg da ist ein schöner naja gut hätte ich vor Wochen noch gebraucht oder paar Tagen oh ne Kiste ja Blei Blei ist gut vielleicht haben wir da die Hochschule zerlegen das ist mein Blei ist nicht so ganz wichtig ne da kriege ich tausende ach kann man gleich mal essen ja das war's gut ein Sandwich hier sind vier hier ist nicht so nö dann hab ich noch zu Hause der Platz wäre ja aber da zerlegen Flasche Dose gut gut und tschüss sag ich mal ich will mich beeilen ich will mich beeilen das geht gar nicht und ich hab auch keinen Platz an der Tami ziehen das und da ist zu gefährlich gut oder zu gefährlich oder zu gefährlich da hinter naja gut die hätten wir zur Not lassen wir hier bin eh voll ach so ein bisschen beeilen ein bisschen beeilen aber hier können auch einen ich denke wir haben ja noch nicht alles durchgesucht hier aber hier können nicht länger bleiben ich würde ja gerne bleiben aber komm ich wieder raus gut nimm mir die Axt den Bus ganz gerne aber gut der muss warten ich bin eh voll hier gibt es gerade noch mehr zu holen und zwar ja allmögliche Zeug wir müssen jetzt zurück auf halb 10 das ist schon gefährlich anführungszeichen ne so ab und nach Hause so mal gucken weg in Richtung fahren in Richtung äh Fütte und so ab und nach Hause und nach Hause ist es so ab und nach Hause der Westen die haben wir in die andere richtung geboren um dreiviertel zehn jetzt habe ich mich schnell zurück hoffen wir das nicht gepackt dann ist es voll drei viertel voll wird reichen das mal jetzt wieder leer ist und so ungünstig gewesen sooo da ist es schon schön 52 dunkel wo kein nebel ist hier ist ein händler wenn wir nächstes mal hinfahren und was zu kaufen vielleicht was kaufen Bücher oder sowas Bücher oder sowas Schieben lernen was wir mit Stahl können 7 15 Oh oh Die Ortschaft Das ist 10 Das sind so schnell Aber der straf nicht gut an Der staunlicher wieder das Licht brennt Also kann man nicht nur ein Kabel anlegen Einschließen 2 von die Uhr Und dann Bücher laden hier rechts Ja Kack, Pock Haben wir zu viel eigentlich Ein Bücherladen haben wir gerade noch nicht Bibothek, Schule oder sowas Kack, Kack, Kack Ah da sind wir Dienstwagen Und wenn sie fallen rein fahren Wenn sie fallen rein fahren Ramen scheiß Lass mal alles drin im Moped Die sind eh voll Die sind eh voll Die sind eh voll Weißt Die sind zu fett Die sind zu fett Die sind auch Kappels fähig Und sind sie schwer angesprochen So Sofort Lässig einkölzen Nicht viel So So Leer Glaskrug Vitamine Entschuldigung Steak Sandwich Und Eisen nicht Das auch nicht Das auch nicht Das auch nicht Hier kann ich noch rein Eine Sterilie Schrauben Ja dann Welsenschauer Pickel Wasser Für die eiserne Reserve Dokument Blei Nitrat Eine Schiene Leder Leder Leider Leider Knochen auch nicht Tee Das war mein Mann Maschinengewehr Für die Reserve Knochen 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 Verkaufen Verkaufsgäste Verkaufsgäste Machen Die Auffallen Fleisch Da habe ich verraten Das Da habe ich verrattet sein. Zu anlegen. Mit übergepäckten. Das ist so eine Sache. Neh mal gleich eine Oberhau. Verwesung. Das kann woanders rein. Leder. Blätter Salomant. Material. Tement. Stahlrüstungsteile. Muss mal schauen was das gut ist. Klamotten rein. Das kommen wir hier auch rein. Paketenwerfer Teil. Verpackt man ja noch nie haben zum Teil. So. So. Papier. Ich spüre es mal rein. So. So. Den grauen Reifen aufwerten ne. Falls mir wieder ein Kampf kommt. Kleine. Können wir verkaufen. Einschmelzen. Können wir auch verkaufen. Einschmelzen. Einschmelzen. So die Show. Das soll es vor allem gewesen sein. Mein Tag ist hier auch zu Ende. Dann seid mal Füße verschaut. Ich weiß nicht mehr. Vielleicht zum nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.